Hallo Freunde, danke fürs Draufklicken. Die Paula gibt mir heute die Ehre, möchte nicht so direkt ins Video, aber ich möchte euch die Haare zeigen. Das sind Naturhaare, da ist noch nie was dran gewesen, die sind fantastisch, alle gleich lang. Wir werden da eine schöne Stufung machen, dann kriegen wir auf die Art und Weise auch hier den Spliss ein bisschen weg. Und sie möchte eine Naturdauerwelle, vom Konzept her nicht zu fest. Ich habe ihr jetzt gerade gesagt, wir sollten doch ein bisschen Gas geben, weil die Haare schon sehr glatt sind. Nicht, dass in drei Wochen wieder alles draußen ist, wir haben uns darauf jetzt verständigt. Für euch eine spannende Geschichte zum Zuschauen, viel Spaß dabei. Tschüss. 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 Tschüss에요. Tschüss. 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 Tja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Schau mal, kannst du dich mal nach vorne anschauen. Wow, schön. Ja, ich sehe so freundlich aus. Tust du, genau. Locken machen freundlich. Fassen sich sehr schön an. Ja, super. Ja, Freunde, bei euch bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, zum Thema gerne anrufen. Wir sind für euch da. Und bis zum nächsten Video gleich draufklicken. Und tschüss. Sehr cool. Ja, danke. Untertitelung des ZDF, 2020